Wie funktioniert autogenes Training? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag zum Thema autogenes Training. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Die Frage ist, wie funktioniert überhaupt autogenes Training? Natürlich würde man erst mal sagen, was ist autogenes Training überhaupt? Autogenes Training ist ein Tiefenentspannungsverfahren, entwickelt von einem Arzt in Deutschland namens Schulz in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Autogenes Training besteht daraus, dass man sich entweder hinlegt oder bequem hinsetzt. Bei Schulz war es die sogenannte Droschenkutscherhaltung, wo man die Unterarme abstürzt, auf die Oberschenkel und Kopf locker hängen lässt. Heutzutage machen die meisten Menschen autogenes Training im Liegen. Man kann es aber auch auf einem Sessel machen oder auch im Auto, wenn man parkt und den Rücksitz etwas nach hinten gibt. Es gibt auch die Bürohaltung, wo du beide Hände auf den Schreibtisch gibst und die Stirn auf den Schreibtisch gibst. Und so kannst du autogenes Training üben. Wie funktioniert dein autogenes Training? Du nimmst also eine entspannte Körperhaltung ein und danach sagst du bestimmte Autosuggestionen. Und im Grunde genommen, autogenes Training funktioniert so, dass du dir selbst etwas suggerierst, was ein typisches Kennzeichen für Entspannung ist. Du sagst also zum Beispiel, rechter Hand wird ganz schwer oder rechter Arm wird ganz schwer, linker Arm wird ganz schwer oder rechter Hand wird ganz warm, linke Hand wird ganz warm. Atem fließt ruhig und gleichmäßig oder auch Herz schlägt ruhig und regelmäßig oder ich bin ganz ruhig. Also du suggerierst dir Dinge, die auftreten würden, wenn du entspannt wärst und dann passiert tatsächlich so etwas, was man nennt als vegetative Umschaltung. Das heißt, der Organismus schaltet um aus dem Stressmodus in den Entspannungsmodus. Also im autogenen Training schaltest du um von dem gestressten Modus, wo der Sympathikus aktiviert ist, Stresshormone aktiviert sind und wo der Körper alles anspannt. Schaltest du um in den Entspannungsmodus, wo der Parasympathikus stärker wird, Sympathikus runtergefahren wird, Stresshormone abgebaut werden, Glückshormone ausgeschüttet werden und du dich wohlfühlst, leicht fühlst, entspannst. Und danach kann der Körper auch besser Krankheiten bekämpfen, Krankheitserreger eliminieren und eben auch besser Reparaturprozesse machen. Autogenes Training funktioniert also als Tiefenentspannungstechnik und diese ist gut für die Regeneration des gesamten Körpers, gut für Energie, gut für Freude, innere Entspannung, Gelassenheit, aber auch Durchsetzungsvermögen und lange Gesundheit. Ja, wenn du mehr wissen willst über autogenes Training, dann geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und dort findest du ein Suchfeld, gib dort ein autogenes Training. Ein kleiner Hinweis, auf unseren Internetseiten findest du sowohl einiges über die Geschichte des autogenen Trainings, du findest aber vor allen Dingen auch Übungsanleitungen, in denen du zum autogenen Training angeleitet wirst. Auf unseren Internetseiten gibt es auch eine Videoreihe Tiefenentspannungskurs und dort lernst du eben alle verschiedenen Tiefenentspannungsverfahren von autogenem Training über PMR, Fantasiereise, kombinierte Yoga-Entspannung bis Yoga-Nitra und Body-Scan. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.